Hi, das ist Marie, das ist Elena und das sind lustige Witze in 3, 2, 1, los! Im Rezept stand Ofen auf 90 Grad stellen. Und wie kriege ich jetzt den Ofen auf? Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? Es war Tag der offenen Tür. Habe eben bei Weight Watchers angerufen. Es hat keiner abgenommen. Patient, ich bin so nervös. Das ist meine erste Operation. Chirurg? Keine Sorge, meine auch. WLAN-Kabel. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie neugierig sind Sie? Darf ich die Skala mal sehen? Was steht auf dem Grabstein eines Diabetikers? Sein Leben war kein Zuckerschlecken. Letzte Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Bei Adidas wurde letztens eingebrochen. Was macht die Polizei? Sie schickt drei Streifen hin. Mein Sohn macht jetzt Meditation. Ja, das ist auch besser, als wenn er stundenlang rumhockt und nichts tut. Meine Schwester ist Einzelkind. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Was bedeutet Tierquälerei? Wenn man einer Schlange Viagra gibt. Was ist unsichtbar und riecht nach Möhren? Ein Hasenfurz. Weshalb bricht eine Mauer zusammen, wenn ein Mann sich daran anlehnt? Der Klügere gibt nach. Was haben die Berliner mit dem Kölner Karneval zu tun? Sie werden gegessen. Was heißt ARD? Allgemeine Rentnerdomäne. Kevin, du bist schon wieder zu spät. Was soll nur aus dir werden? Blockführer. In jedem Mann steckt etwas Gutes. Und wenn es nur das Küchenmesser ist. Alle Kinder rennen übers Eis. Nur nicht Vera. Die war schwerer. Was ist ein Rockmusiker ohne Freundin? Was ist ein Rockmusiker ohne Freundin? Obdachlos. Schaust du mal bitte, ob der Blinker hinten funktioniert? Ja, geht. Nein, doch jetzt wieder. Jetzt wieder nicht. Das klingt so nach mir. Machst du Sport? Zählt auch Sex? Also nicht. Der Ruhestand ist wie Arbeiten. Man tut nichts. Nur braucht man dabei keine Angst mehr zu haben, erwischt zu werden. Wie geht es deiner Frau? Sehr gut. Sie hat ihr Idealgewicht erreicht. Wie viel denn? Mit der Urne 5 Kilo. Trinkt der Bauer zu viel Bier? Merkt er auch noch den Stier. Was sind die Spice Girls in 20 Jahren? Old Spice. Power! Wie du da sitzt? Hallo? Nee, ich mach heut nichts. Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Schmeckt irgendwie komisch. Über Karneval macht man keine Witze. Das ist eine ernste Sache. Veganer feiern nicht. Veganer lassen die Sau raus. Wie nennt man einen Mann, der all seine Intelligenz verloren hat? Witwer. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Es fängt schon mit der ersten Silbe des Wortes an. Steht eine Gruppe Lilliputaner an der Theke. Fragt ein Gast. Was ist denn hier los? Ist der Kicker kaputt? Der 200 Meter Sprint der siamesischen Zwillinge war sehr spannend. Es war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Opa, was machst du heut Nachmittag? Das, was ich gestern gegessen hab. Warum haben sich die Ostdeutschen so auf den Euro gefreut? Weil sie geglaubt haben, dass es nochmal Begrüßungsgeld gibt. Eine ältere Dame ist hingefallen. Angela Merkel hilft ihr auf und sagt, wählen Sie die CDU bei der Landtagswahl? Die alte Dame antwortet, entschuldigen Sie. Ich bin nur hingefallen und nicht auf den Kopf gefallen. Wo ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Springen? Beim Tennis hat man zwei Aufschläge. Entschuldigung, ich möchte dich jetzt nicht dumm anmachen, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn du es machst. Die letzten Worte des Sprengmeisters? Ja, es ist der rote Draht. Das Gericht ist bereit, einen Pflichtverteidiger zu bestellen. Ein Entlastungszeuge wäre mir lieber. Gibt es ein Mittel, um Jugendkriminalität im Keim zu ersticken? Ja, die Pille. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Ich hab's gelesen. Wieso isst man in Afrika keine Knoppers? Weil es nur für den Kleinen Hunger ist. Dieser Moment, wenn du deine Kopfhörer aus der Tasche holst und ein vierfacher Seemannsknoten drin ist. Du machst einfach den letzten, ne? Schon der letzte? Nein. Nein, 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 nicht so. Misch dich nicht ein. Sophie! Anfrage bei der Computer-Hotline. Ich installiere gerade Windows. Was soll ich drücken? Am besten beide Daumen. Die Arbeit von Anwälten ist oft vergebens, aber nie umsonst. Die Rente kann schön sein, wenn man herausbekommt ... Nein. Ich kann das nicht. Okay. Ich krieg den Satz nicht meinem Kopf auf die Reihe. Die Rente kann so schön sein, wenn man herausbekommt, wie man so viel Zeit mit so wenig Geld verbringen kann. Wie viele Psychologen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Nur einen. Aber die Glühbirne muss es auch wirklich wollen. Und wie viele Studenten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Vier. Einer hält die Glühbirne fest und die anderen drei saufen, bis sich das Zimmer dreht. It's true. Ich soll nach Daumen hochbetteln. Wir werden nicht gezwungen, aber ihr sollt bitte einen Daumen nach oben geben. Und dass sie es an ihre Freunde teilen sollen. Okay, schreibt einfach einen Kommentar, wie ihr es fandet. Und bis nächste Woche. Komm, abonnier, komm, abonnier. Komm, abonnier, komm, abonnier. Komm und abonnier, YouTuber. Au, guck mal an, da krieg ich an.